Vital Gymnastik für Schwangere ist ein Kurs, der für Schwangere bei uns im Haus angeboten wird. Wir machen Kraftübungen für den Schultergürtel, für die Arme, weil Baby, Maxi-Cosi, Handtasche, Wickeltasche und Einkaufstüte sind doch schon ganz schön schwer. Wir machen auch Entspannungen, indem wir mit Igelbellen den Rücken massieren oder den Körper ausstreichen. Wir machen verschiedene Schrittkombinationen vor, zurück, links und rechts, was natürlich auch die Koordination der Schwangeren fördert. Wir haben auch sehr gerne Schwangere, die eine Schwangerschaftsdiabetes haben, mit in dem Kurs. Da wir ein Ausdauertraining machen, Schwangere, die eine Diabetes haben, sollten sich jeden Tag mindestens so 20, 30, 40 Minuten am Stück bewegen, damit sie keine Medikamente gegen die Schwangerschaftsdiabetes einnehmen müssen. Das ist ein Angebot, was für die Schwangeren ein Rücken-Unsorgungspaket darstellen sollte.